Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit, ohne Milch? Mit, ohne. Stefan, ich hoffe ja, dass der Osterhase am Wochenende keinen Warnstreik macht, sich irgendwo auf die Straße klebt oder dass er für DHL arbeitet. Wieso DHL? Nicht, dass er die Eier beim Nachbarn abgibt. Anke, du bist ja nicht der Osterhase. Nee. Dann geh mir auch bitte nicht auf die Eier. Nee, nee. Einmal die Vieh- und die Eier-Malfarben hier. Momentchen mal bitte. Stefan, ich gucke an Ostern ja am liebsten Bibelfilme. Moses ist ja ein Mehrteiler. Oh, cool. Ach so. Also wir Deutschen essen im Jahr 235 Eier. Aber nur die Frauen. Hä? Ich kenne kaum Männer mit Eiern. Dafür eiert ihr Frauen bei allem rum und setzt euch gerne mal ins gemachte Nest. Ach, macht 1348 Euro, sammeln Sie Ü-Ei-Punkte, haben Sie eine iTunes-Card oder sind Sie im Metro-Goldwin-Eier-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Dankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App. Bei Hitradio FFH. 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 Bei Hitradio FFH.